das war es was zu tun gegeben oder was ich habe mich jetzt schon dreimal mit überdosis drogen genommen aber bringt ja nicht so genau der werden wenn du es zu werden Ohr ich will mein Gott sie kommen aber ich darf sie nicht doch darf ich natürlich darf ich das ihr hört es ja nicht die Schilder und Probe und Konzentrieren war weiter Schnelltüren zu machen jawohl wo ich bin so hat es verpixelt sie wurden ein Schaden ist ziemlich verpixelt ja weil du alles auf schlechteste Grafik hast du mir ich hab schon wieder alles hochgestellt also oder Prozent Schatten von um Prozent 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 okay nur weil ich schon Prozent nur der Holländer bis ich bin kein hofft in der Forderung okay Entschuldigung er ist in holland geboren dieser holländer oder nicht er wurde in holland er ist in holland geboren er kann oder müssen wollen auch er ist heute natürlich ist er und ich bin kein holländer verdammt ob die holländischen Nationalhunde kenne ich gar nicht schämtisch schämtisch ne das ist mir auch scheißegal ich hasse holland ich hasse holland Simon hollander ein stolzer hollander überall in holland Alter ich hasse holland lass mich mobbe ich doch nicht so holland ich habe erst in Deutschland im Mediamarkt die holländischen ACD-Player gekauft ja für 400 Euro nur ganz billig Mokko 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 auf jeden Fall was für eine Marke Philips oder so nein naja Philips ist es sein ich kann mich jetzt umdrehen und schauen was für die Marke das war auch bei ich bin zu voll der umdrehen aus von bis so ein Arsch weg war man dann nenne ich oder auch mein Gott immer die holländer wo kommen wollen ey wie soll die Witsch mit der Töten ich guck mal wo die steht also er wird der Best als Maul ich bin tot da schenke ich mir mal ein Glas Cola er wird aber die Wünsche weil ich hab sie getötet toll ich will aber nicht ich will die ich will die Sicht von von Dings sehen nein ich will nicht ein ich will die Sicht von Zedrick sehen ich mag dich nicht mehr Chris ich heiße das geht nicht und sie jetzt nur was das du machst egal dann sehen die Leute deine Fails es Upp auf auf die Säge der Schicht Eier und Zellig du musst uns ja eigentlich auch noch abonnieren die weil du macht jetzt so mit und so aber hast du es doch gar nicht abonniert äh ich kann gleich durch die Wand hier kommen wenn ich weiß dass sagen ich mach mal hier jetzt bei dem Portemann oder reinkommen ich hoffe irgendwas eingeblendet wird Musik oder sonstiges mir ist das egal wenn es dir egal ist dann dann ist es doch auch egal dass da nichts eingeblendet wird die Stimmung muss weg am besten Kostel und sonstiges und sonst was wenn man wenn ich das nicht mach Scheiße ich höre ich dich noch glauben Scheiße man mein Hals ich bin immer noch mal da musst du aus einer Wündmühle in Holland ausziehen deine Holzschuhe ausziehen und dein Gouda abgeben das ist nicht lustig okay das habe ich verstehe mich hat eingeschrieben werden das hat dafür zu schlecht gewesen wäre das ist egal die Leute sehen ja die zehn Jahre größtenteils immer nur weil ich muss schon mal zurückschalten ja ja mach nur die Leute sehen ja hoch ist und ganz ist auch dieser Sack er kann ja er kann ja nicht spielen und die ich weiß nicht wie jetzt die Ort ist dass er das Kostpünz Chris ist das dein komischer Freund Prozent die wo der Kostmann zu uns wie heißt er wo ist er für mich sind ein Phönix ist da auch für mich ist das auch einer Prozent waren wir sind Mitten in den Aufnahmen, dann kommt er einfach rein. Ja, jetzt komm hier in den Aufzug, verdammt. Nein, ich muss dir die Rohre überprüfen hier. Okay, eindeutig. Leute, komm mal kurz her. Es geht gar nicht hier. Komm mal mit. Mann. Hier, ne? Ganz eindeutig. Kommt heiß raus. Das ist nicht gut. Sieht auch gar nicht komisch aus, wenn ich so die ganze Zeit hier mit der Hand so stehe. Um das doch jetzt zu stopfen. Könnt ihr mir helfen? Ohne Spaß, komm, wir gehen weiter. Egal. Alter, wie schreibt man denn noch mal? Ich weiß es gar nicht mehr mit U, ne? J. Komm, Skype, du. Alter, wo bleibt der? Offe. Obwohl ich ihn nicht in Skype habe, egal. Komm, mach weiter. Boah. Aufzug. Komm, du. Spast. Schafft dich bald. So. Oh, von oben könnte was kommen. Ist euch auch gefallen, aber auch so kann man gar nicht mehr springen. Ja, das wusste ich. Klappe. Nein. Nein. Puh. Oh, warte, warte, warte. Hahaha. Roflemao. Genau. Wie schlecht einfach, ne? Oh mein Gott, es fällt nichts ein, aber ich muss schlau wirken. Das glaube ich jetzt gehören hin. Puh. So. Hahaha. Lol. Oh mein Gott, ein Glutfleck. Wer war das? Chris, hast du deine Tage? Ab. Ja. Willkommen, warum du denkst, super. Ja, meine Deutschkennung ist es, ich sag gut, obwohl ich in Deutschland wohne. Und ein Deutscher bin. Genauso wie ich. Nicht? Du bist Hollander als Maul. Als Maul. Ey, Simon, so Hollander. Kannst du nie kurz? Na, ja, ja, kenne ich, aber ich, ja, so. Ich kenne die, weil, äh, Leute. Das ist eine Nachbarkeit. Nein, aber ich mag die nicht. Und ich glaube, ich bin ja irgendwie so voll, aber ich mag die nicht. Das ist ein, so, ein Kapitalistensporn. Genau. Du kommst. Wo ich auch der Beste bin. 64 Kills. Na, egal, ich nehm auf, das ist auch, was ich bin, Kameramann. Ich muss ja, ich muss ja, äh, zeigen, wie ihr die anderen killt und so. Ja, mhm. Genau. Das ist mir gar nicht wichtig, dass ich nicht der Beste bin. Ist das schlechteste, nicht? Auch sagen doch nur, Hollander, wo wir verlieren. Das haben die es gleich über der WM auch gesagt. Aber ich sage, ich war es Holländer und Fußball. War ganz schlecht. Wir waren mal vor ein paar Jahren, da hat, ähm, Holland gegen Deutschland gewonnen. Im WM irgendwas, solch. Und die haben, ich sehe, wir haben noch da schon Flagge auf dem Auto, die haben uns voll angemault. Und vollflecht zu uns. Ja, was ist? Ja, was ist? Ciao. Das war mal so. Wie ihr mit euren Eltern redet. Habt ihr keinen Respekt? Nö. Hey, Vater, bring mir ein Bier. Nein, Quatsch. Ohne, ne, meine Eltern sind nicht da, hoffe ich. Alter, mein Hals. Das ist bestimmt übertrieben laut. Speedrun, go, 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 go. Ach so, springen. Ja, springen. Kennste? Äh, ne. Wo stehen wir denn? Oben. 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 Okay. Oh, zweite Pistole. Aber ich nehme Schleiber mit. Oder, ähm, irgendwo. Irgendwo, äh. Das alle denken, man könnte das Spiel, ich verstehe. Was? Naja, ich hab gesagt, er hat gefragt, warum spielen wir auf normal? Und dann hab ich gesagt, weil mal aufnehmen vielleicht. Und dann hat er gesagt, ja, weil alle dann denken, wir könnten das Spiel spielen. Also, dass wir gut sind. Ne, wir sind sowieso schlecht, also. Ja, aber. Okay, jetzt machen wir schon mal auf. Nein, fast sind wir nicht. Ne, ja, wir können irgendwann, wenn wir alles durch haben. Ja, oder so ein, genau, so ein. Könnte man so, let's, Schwierigkeit, Experte, Left 4 Dead oder so. Jo, können wir machen. Ich will erst mal 10 Abonnenten faint nehmen. Da alter. Jo, Opernt let, ich hab dich gerettet. Wo, bohr, wo, 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 wo. Alter, hör jetzt mal auf, das ist um nirgendwo eh, wo, wo. Isaac-Motta kneeske, Hurtpte. Aber vertex Magazine mit Eauwitzen Ich schon. Ja, finde ich aber nicht. der Holer der Halbwürdig da ich tötig gleich in Deutschland mit einem hollander Einbord das hatte gewusst auf jeden Fall nächstes Mal mit alle hollander schießt auch nicht beschweren ich bin auch für ausgerutscht er hat der Rufstilfe ich hab doch gesagt nenne mich nicht so und nur noch ein Spielverlierer Stoßmobo ihr habt nicht so oft gemacht der Phönix ist jetzt mein neuer bester Freund zu wollen doch wo ist der Blumen und Poh Henix, Simon ist truen und lebendig Kürtel Kürtel Prozent und hat dafür was auch gott Prozent Euro Schmolstuch direkt hoch es war so geplant Eier wenn ihr Bock habt ne ich häng hier so ein ich bin ein bisschen gefangen der Smoker wollte mich lecken nämlich mit seiner Zunge ja wohl noch Gouda schmutz Werner zu sagen was denn dort wo gehe ich jetzt eigentlich hin und ich musste hin ein paar Sachen sind aber noch nicht geil die Stroppwaffeln genau ich habe so keine Ahnung was ist aber das tut sich verwehrt an die Stroppwaffeln die Stroppwaffeln es ist zwar nix mit Honig aber egal schmeckt so Nö auch nicht aber ein Buma ich töte dich wo bist du ich habe mich hier ausgespielt aber ja wenn der Bokobung und die Opkalypse Prozent und die Beinmutter naja da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf ich denke ich glaube ich gehe mal wieder weg ich glaube ich komme mal weil ich bin schon mal ein Alter 2012 2012 2012 2012 es wäre so geil nicht so und so ja es macht ja nichts deutsch verstehst du und es ist so in Ordnung das macht ja nichts verstehe ich schon das war auch ich wenn er aber nicht gewertet er habe ich gemacht um auf die Wahl nicht von dem Jobgrund die 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 ich mag euch nicht mehr nach der Aufnahme wenn ich erst mal eine Runde holen die 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 ja und wenn ich jetzt wenn ich es jetzt nicht schaffen dann haue ich euch auch mein Gott oh mein Gott ja genau Baller gleich auf mich ey komm auf sein und schieß auf ey nein nicht wegschießen nicht wegschießen ja ey ihr Schweine ey guck mal der Headbang hier der Creeper ey der Creeper genau der Hunter Mann ey 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 im net oder fuhr hier Dann sind der nicht sehen will keiner sehen okay ich bin gestorben naja egal sie wurden verstorben gekreuzigt und tot die kräfte spielte weiter ich mag gar keine käse er kommt wollen wir jetzt doch noch gleich die die nächste machen oder nicht umdrehen sich auf das auch nicht ich muss jetzt langsam mal hier ne ja okay dann warte ich jetzt warte mal ich habe jetzt erst gecheckt dass ich leertaste drücken muss naja egal jo leute das war's dann erstmal ich sag jetzt noch mal alle tschüss auf 3 1 2 3 4 ja verdammts okay noch mal 1 2 3 4 audios egal ich hör jetzt einfach auf 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 Vielen Dank.